keine wette ich gehe gleich erst mal was essen also ich habe echt gar nichts mehr im kopf außer apfelmus abgewirkt so ein loser digga learn to play französische eminem das muss an allein zu üben alter wie aber die kreuz jetzt gerne alle mitgenommen nicht so clean schade schon wäre es gewesen dem einer reinzudrücken er war ein grafikfehler oder ihn hat gar nichts erwischt kann das sein er ist gedreht gerade einmal auf der map als wäre er erwischt worden deswegen meldet man den korn siehst du jetzt habe ich eine banane noch als backup jetzt nur die banane in der hand und als zweitesten korn dann hätte man mir die banane geklaut und ich hätte den korn in der hand was ich ja mit einem korn in der hand verstehst du das ist alte manipulation oder kommt eine flüge ich bin du ich bin einfach der coolste gönn meine map mann nein das ist eine kindermap für kinder nehmen immer den hit von der banane du hast jetzt schon zweimal den geschrieben ich lasse mir nichts sagen von jemandem der den und den nicht voneinander unterscheiden kann konnte man hier runterfahren was war das denn oder gegen gefahren lost wow jetzt habe ich die wand da auch noch mitgenommen perfekt gefahren zwei fehler sorry zweimal zweimal schreibt jeder einer fühle ich immer was auch nichts nur zweimal denn zu schreiben weiß ich nicht hier musste man immer runterfahren genau die map schon gar nicht mehr nicht am anfang halt oder ist ja oder klappe j weiß ganz genau wie man das schreibt hier loser friss oder stirb der typ drückt mir immer eine bombe also ich weiß nicht wie der das macht der cheater doch oder den x weg mit dem scheiß jetzt hier mit der soße was sollen das eigentlich doch nicht werfen so dumm war kein scheiß war luigi war kein scheiß war luigi auch kein scheiß war pack den dünnlein was jetzt komm schon Mann oh 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 so eine Scheiße die ist so boring einfach die ist einfach so kurz und boring Post Champ hold it Sophie hold it tja wir gewonnen so zerronnen lieber gespiegelte Scheiße bekommen Mute City denn jetzt bist du auch erstmal mute Sophie so nämlich probier mal das Pünktchen Card wenn du Twitch Prime ausprobierst die miau du hast ja gar nicht die Mucke davon schade soll ich einfach nur gemiaut hey Link riss du das Stück das war schlecht gefahren tatsächlich auch nützt du dich ewig nicht mehr gefahren krass ich weine nicht ich bin ein Mann ich zöger jetzt aber weil ich ne Legende bin gut aufgold so viel macht so doll Auge damit sie dann sagen kann guck mal geschieht hier recht weil du Kumo weil du nicht wolltest aber ich werde ein paar Erster es gibt nichts was sie dagegen tun kann ich bin der Beste so toll einfach so toll auch schon wieder diese Map Ende des Jahres ziehe ich um Ende des Jahres mit Glück hat vielleicht früher wie ich fühle komm mal komm mal Domi wieder eine Rote auf dem Ersten meine Coins mach dich doch mal weg mach dich doch mal weg Justin jetzt du spinnst doch ey wie trifft mich seitlich eine Grüne bodenlos frech wieder mal ach man Luigi du bist so hässlich oh mein Gott ich bin letzter wie bin ich denn letzter was hab ich denn getan um letzter zu werden keine Blitz ja pumst die alle weg jawohl alter Junge was war das denn oh Gott was war das denn oh Gott 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 gutes Spiel gutes Spiel